ein besonderes osternest von anita menger gedichtet im april 2020 mit liebe flechte ich ein nest aus grünen hoffnungszweigen die besten wünsche webe ich ein sie sollen euch begleiten gesundheit und zufriedenheit viel glück und frohe zuversicht auch kraft und trost in schwerer zeit humor und freundschaft fehlen nicht mit bunten eiern etwas moos wird es bestückt und bleibt mir bloß noch eins ein band mit gottes segen um dieses osternest zu legen